so meine lieben das versprochene weihnachtsvideo diesmal ganz kurz wir sind ja alle wieder busy wir können ja wieder leute besuchen ich hoffe ihr habt schöne feiertage ich denke ich hoffe ich habe auch schöne feiertage ist schon los es war ein komisches jahr ein schwieriges jahr viele blöde sachen passiert ich wünsche euch dass ihr ein bisschen frieden findet dass ihr persönlich glück und zufriedenheit jetzt erleben könnt und heute gibt es nur ein ganz kurzes gedicht aus diesem schönen buch von james grüß es ist das weihnachts abc das gebe ich euch mit in die feiertage mal sehen ob ihr mitkommen ihr seid ja alle alles was das herz begehrt bringt uns nun das gute christkind wenn es uns beschert dich und mich und ute emil bringt es einen ball fausthandschuh und söckchen gisela kriegt einen schal hildegard ein röckchen in der stube gibt es für jeden ein paar gaben kuchen keks und kinderbier lineal und bunt papier marzipan liegt dort und hier niemand tritt durch unsere tür ohne sich zu laben papa hat zigarren und qualmt sie mit vergnügen rex der alte schäferhund schmatzt in vollen zügen töne fliegen durch das haus ulrich bläst trompete vera packt die geige aus witzig spielen karl und klaus xylofon und flöte jedi spielt auf dem spinett zierlich minuet